Feinste Gönung Hallo und herzlich willkommen zu Bock aufm Game, let's play Rhyme. Wir sind wieder dabei, mein Name ist El Capitano, mit dabei ist PlayPete, der gerade was am Computer einstellt. Und wir haben in der letzten Folge, jetzt sag ich nochmal schnell Hallo, Glücklichkeit und so. Nee, kannst du, Capo, wir müssen ein bisschen aufpassen, meine Fistplatte hat nicht mehr viel Kapazität. Ja, okay, dann wird das vielleicht eine kürzere Folge, keine Ahnung. Aber jetzt darfst du weiterspielen, das nervt. Genau, beim letzten Mal wisst ihr vielleicht noch, falls ihr es gesehen habt, wenn nicht, schaut euch die letzte Folge an. War nice. Wir sind hier bei der Riesenkugel oben angekommen, jetzt bin ich wieder im Controller. Ich hab einen Kaffee hängen. Und vorsichtige Schritte, haben wir Trophäe erhalten. Ich drück jetzt mal. Ja, mach. Boah, jetzt geht's ab. Nee. Die Folge geht ja hammerlos, ey. Oh, und jetzt, oh. Oh, geil. So geht das also. Ja, jetzt haben wir den Schlüssel. Das Wasser fließt in Strömen. Oh, Mann, ist das schön, ey. Und jetzt wächst der Baum, oder was? Ja. Geil. Alter. Oh, der hat sogar Blätter. Warum haben wir die Folge eigentlich letztes Mal nicht so beendet, ey? Ja, aber so ist es viel schöner, so anzufangen. Ja, das ist eine Ansichtserre. Oh, guck mal, alles aktiviert er jetzt. Da hast du ne... Die Brücke kommt... ...ein Domino-Effekt. Ja, das ist echt. Was geht dir jetzt ab? Eigentlich hätten wir das direkt am Anfang machen müssen. Dann hätten wir die ganzen anderen Quests nicht machen müssen. Nice. So. Du meinst einfach gleich hier hoch? Ja. Okay. Und dann zurück. So, was ist jetzt das? Warte mal. Ganz kurz. Halt. Bleib mal da oben. Guck dich mal um. Was ist das nächste Ding? Nee, wir müssen den Schlüssel holen erst mal. Welchen? Wo ist er denn? Ach, diese Steuerung. Alter, die Steuerung macht mich so wahnsinnig. Woher kommt das eigentlich, dass du so geprägt bist und ich anders? Weil wir in anderen Stadtteilen aufgewachsen sind. Du bist ein Idiot. Wieso ist es doch so? Hat das mit dem Stadtteil zu tun? Mel, mel, mel. Wo ist der Schlüssel? Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da hinkomme. Ich glaube, der Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Ist er ganz unten, ne? Wahrscheinlich. Du hast aufs Nest getreten, du Vollhorst. Hallo. Alter, bist du? Nicht da runter. Wieso nicht? Nicht da runter. Geh mal ganz runter in diesem Turm. Also hier. Geh mal ganz runter. Ja. Aller nice ist nicht. Kann ich da hinspringen? Ich mag das nicht. Alter, Schwede. Ne. Ja, jetzt. Genau. So, und nun? Schon wieder auf die Eier getreten. Ja, jetzt. Nicht da hin. Nicht da hin. Sicher? Ja. Geh mal ganz runter zum Turm. Den Turm ganz runter. Lass denn da runterkommen? Ja. Spring. So. Ja. Runter. Was machst du jetzt mal? Alter, Diggi. Ey, ja, weil du gesagt hast, runter. Wie du gerade dein Handy weglegen wolltest, um das Steuerding zu übernehmen, du kleine Wiese. Rappel. Ey, ich werde echt fuchsig. Diggi. Was machst du denn? Ich bin runtergegangen. Noch weiter? Ja, noch weiter. Warum denn? Weil ich den Schlüssel da unten vermute. Nein. Du weißt, davor der Schlüssel ist bei den drei Wasserschalen. Ja, aber wieso kommst du jetzt hier eigentlich nicht raus? Ist immer noch versperrt. Oh Gott, wie dumm bist du denn, ey? Okay, Zuschauer, es tut mir leid, dass wir jetzt auf den Volltrott gehört haben. Äh, wie komme ich denn jetzt hier raus? Äh, Piet? Wie komme ich hier raus? Oh, jetzt brauchst du meine Hilfe, ne? Dann gib mal das Gamepad her. Ja, genau, ey. Warum gibst du es nicht? Ja, weil du einfach schon die ganze Zeit ran warst. Aber ich hab viel, ich mach die Kameraführung viel besser. Was? Das ist denn bloß dein Problem, ey. Ja, hör auf. So, wo war das denn jetzt? Nicht schon wieder aktivieren. Mach mal, drück mal. Was? Das oder was? Wo ist denn der Schlüssel jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt einfach den ganzen Weg runtergegangen. Das war, glaube ich, dumm. War der Schlüssel oben, oder was? Nein, der war bei diesen Dingern, wo das, wo, wo das, diese Bäume waren mit dem Wasser. Das war nicht hier unten. Nee, ach so, ja, dann geht das, äh, da. Ne, 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 ne. Und du? Nee. Ach, hoch wieder. Nein, 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 du geh nicht hoch. Geh runter. Geh runter. Ich glaube, das wird ein reines Fast-Forward-Ding. Geh runter. Wieso gehst du hoch? Ich check's nicht. Wir müssen runter. Du willst doch zum Wasser-Ding. Da ist das doch, oder? Nein. Da seh ich's doch, den Baum. Okay, mach dein Ding. Weiß ich, das ist hier? Ich sag nichts. Da ist doch der Baum. Ach so. Ja, sag ich doch. Ganz ehrlich? Ich hab's doch gesagt, dass du da lang gehen bist. Nein, hast du nicht. Natürlich. Ich werd das so zusammenschneiden, dass ich's die ganze Zeit gesagt hab. So ein Penner, ey. Nein, mach ich nicht. Piet kann sich mal irren. Ja, am laufenden Bändchen. Schönes Bändchen am Tamp-Punkt. Wie findest du eigentlich diese Tattoos, äh, nicht Tattoos, diese Piercings, die hier so hier vor den Schneidezähnen sind? Vor den Schneidezähnen? Oh, das muss doch so geil wehtun. So geil wehtun? Ja. Nein, nicht auch. Was machst du da? Hilfe. Schlechteste Kameraführung. Nimm dir das geile Schlüsselchen. Nimm's. Nimm. Hallo? Nimm. Zack. Da hinten, da oben steht er. Warte, Papa. Den wetten, den sehen wir echt. Das ist der Endboss. Den sehen wir häufig, ja. Das ist der Endboss. Ich glaub nicht, dass es hier einen Endboss gibt. Warum? Hä? Ja, weil das ist doch nicht auf Endboss. Das ist doch auf Rätselslösung und nicht auf Endbossfighting. So, und nun? Mach die Tür rauf. Ah. Oh. Oh. Ja, guck mal, da ist nämlich unsere Geschichte. Sag mal. Warte mal, ist so dunkel hier. Das ist doch unsere Geschichte, oder? Das ist unsere Geschichte. Also, links ist der König und rechts ist das traurige Kind mit dem Cape. Ja. Wir sind das mit dem Cape und der König sucht uns. Der hat uns verloren. Wir sind das Königskind. Oh, der Idiot. Der König sieht uns. Oh, guck dir mal diesen, diesen, das ist der Triumphweg. Also, ich wär traurig, wenn wir's gleich schon durchspielen, ne? Nein. Am Ende, ey. Das dauert noch ein bisschen. Lauf. Das wär ganz schön teuer, wenn das jetzt direkt schon zu Ende wär. Ja, aber, ne, ich glaub, glaub ich nicht. Das ist ja nicht mal ne Kameraführung vom Feinsten, ey. Machst du die grad? Ja. Schwenk mal. Kannst du nicht, ne? Nee. Nee. So, ich schwenk jetzt zurück. Du schwenkst gar nichts, oder? Schwenk, mein Schwingeling. Mein Schwingeling. Schwingeling. Du streit das Ding an. Mach die Türe auf. Guten Tag. So. Was gibt's denn hier Feines? Was ist das? Du rennst jetzt. Du rennst einfach zur Mauer, Alter. Nee. Du müsstest da hoch. Ja, da hoch. Dramatische Mucke schon, ne? Ja, wir werden gleich unseren Daddy endlich wiedersehen, ey, nach so langer Zeit. Ja, und dann stellst du dich raus, was Daddy. Unser Mutti ist? Ja. Ey, das wär hart, ey. Einfach mal siehst du Daddys Boops. Oh, nee, das hasse ich. Und du weißt, du hast deine Milch und Daddy. Äh, das ist so Biermilch, ne? Ja, nice. Wieso schon ein bisschen sahnig geschlagen? Alter Schwede, das wär ja richtig... Daddy mit seinen Sahnetütchen, oder? Super nice. Alter. Niceste Milchgönnung. Echt? Ich weiß ja nicht, ob das was für mich wäre, ey. Alter, würdest du so einen Kaffee mit so einer Milch trinken? Daddys behaarten... Männerboops. Daddys behaarte Milchtüten, Alter. Ey, gibt es eigentlich häufig, dass Männer BH tragen? Frag mal Chubby, Alter. Was denn? Gott, meinst du, der trägt... Ja, was soll er da machen? Ja, was ist denn mit der Murmel hier? Die rollt. Kannst du die anschieben? Kannst du nicht, ne? Okay, guck dich mal ein bisschen um. Doch. Roll, roll, roll. Was? Tagelang roll ich die, oder was? Nein, nein, du veränderst Jahreszeit, äh, die... Ah, okay, warte mal, wir brauchen einen Mond, steht hier. Das sind zwei Halbmonde, oder? Halt. Warte? Ah. Ja, sehr gut. Ah, ja. Jetzt ist... Ja. Aber was dann zuerst? Ja. Da? Nein. Weiter, machen wir weiter, gehen wir dann eine Runde. Geht nicht. Geht nicht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ja, da. Nee. Nee, weiter. Weiter. Ja, da, guck mal, da war es schon. Du warst... Ja, der links. Jetzt, stopp. Ja, aber rechts? Ja, das ist schon mal die halbe Miete. Hä? Nein, du kannst, glaub ich, erst mal nur einen. Achso, meinst du? Ja. Lass los und geh da hin. Ja, und jetzt? Hallo. Ähm, jetzt... Warte mal, ah, Digi, ich glaub, hier fehlt was drauf. Ja, hier fehlt was drauf. Wo ist es denn? Weiß ich nicht, wieso ist denn diese Ansicht so weit weg? Weil du da bleiben sollst. Es ist vom Regisseur vorgegeben. Ja, der rollt auch schon automatisch. Es rollt schon wieder. Das heißt, da muss noch was drauf... Wir müssen es da raufstellen. Ach, fuck. Wir müssen da rauf. Oh Gott, du hast fucking recht, ey. Ja. Alter, Genie. Alter, Genie. Genie in the bottle. Ah, Virginia. Virginia in the bottle. Super nice. What? Nee. Feinste... Genome. Alter, nice. Wir kommen jetzt in den Turm. Der Turm. Turm zu Babel. Das ist, das ist, das ist... Das ist der Rhythm of the Night. Oh, nein. Oh, yeah. Oh, yeah. Das ist der Rhythmus meines Lebens. Meines Lebens. Oh, yeah. Oh, yeah. Ey, ich glaub, wir können jetzt... Da hinten ist Daddy! Daddy. Oder ist das... Nee, weißt du, was ich glaub, ist unsere Schwester? Gib mir ein... Ich würd' mal gern an deinen Tüten zippen. Okay, pass auf, wenn du die Möglichkeit hättest, ne? Du hast so Cheerleader. Ja. Den könntest du sagen, was die performen sollen für ein Wort. Welches Wort wäre das? Die machen doch immer so, gib mir ein A. A. Gib mir ein B. B. Gib mir... Lutsch mir am C. C. Und dann geh, wohin du willst. Okay. Wo, wo, was? Was ist passiert? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, er ist aktiviert. Ist das aufgegangen? Ja. Oh, ist dunkel. Kann ich irgendwie hier rufen? Hallo? Oh, ist zu. Oh Gott, das ist dunkel. Hallo? Pst. Pst. Können. Wer singt nun da? Das bin ich. So. Was? Ich bin hier selber der Schlüssel. Digi, das könnte aber auch ein Horrorgame sein mit dem Gesang, ne? Trademark, 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 Trademark. Eye of the Hawk, fast like a Puma. Trademark, 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 Trademark. Kennst du das nicht? Ja. Strong like a bear, fast like a Puma. Warte mal, kannst du... Möcht da rein? Ah, ja. Wir laufen einfach durch die Levels, als gäbe es keinen Morgen. Wir rushen hier durch, als gäbe es keinen Morgen, ey. Russia. Heißt der Sänger nicht so, Russia? Was denn da? Versucht da hochzukommen. Ja. Hä? Klappt nicht. Ja genau, weil das zu hoch ist, oder was? Ja, das sollst du. Der Regisseur hat vorgegeben, da nicht durch. Oh, aber ich hasse, dass der Regisseur... Warte mal. Warte mal, was ist das so? Was ist denn das? Hm. 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 Hm, hm. Hm. Ja, ist auf deiner Seite. Nee, hä? Warte mal. Geh mal da durch? Ja, da bin ich hergekommen. Ja, da bist du durch. Äh, ja. Dann laufen wir mal weiter. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding Dong Dong. Ding Dong Dong. Ja, ich zieh deinen Ding Dong lang. Ja, zieh meinen Ding Dong lang. Bruder, ja. Ich finde, dieser Charakter könnte Jakob heißen. Jo. Ein klassischer Jakob. Ist ein klassischer Jakob. So, wer hat denn hier in die Fackeln angelassen eigentlich? Voll Brandschutzrisiko, ey. Ja. Ha! Der klingt so, als würde er im Pferd sagen, es soll schneller laufen. Ha! Lauf, Pferdchen, lauf! Und? Ha! Mach ich zu Hause auch immer, wenn ich irgendwas... Wo musst du denn lang? Ich... Ja, ich... Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Aha. Los. Ha! Bist du das, oder was? Das bin ich. Der Charakter? Wie viel Gigabyte haben wir eigentlich noch? Vier. Siehst du das? Ja. Augen wie ein Adler, ey. Ja, vor allem das Geile ist, du trägst eine Brille. Ja, aber ich sitze auch 800 Meter entfernt. Ja, das stimmt. Danke. Mach dich nicht über meine Behinderung lustig. Mach ich nicht. Irgendwann brauche ich bestimmt auch eine Brille, wenn ich... Ja, aber ich trage ja nicht immer Brille. Ja, nur im Bett. Beim Sex, ja, wenn die Frauen denken, du bist intellektuell, ja? Dann will ich meinen Schniedel in HD seh. In HD. In HD ist das fucking... Ach, hier ist der. Wow. Uh, Engelsstimme. Ah. Oh. Sing nochmal, das ist herrlich. Weißt du mir das Ding nicht den Weg? Sing nochmal. Oh, das ist herrlich. Sing weiter. Sing weiter. Warte mal, nee, 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 das ist ein Labyrinth. Da lang, da lang. Soll ich da rüberspringen? Ja, natürlich. Ey, sing göttlich. Sing weiter. Oh Gott, ich... Krieg harte Nibbel, Alter. Das ist ein Junge, Alter, ein Kleiner. Ja, aber sing weiter, das ist engelsmäßig. Kein Junge, Alter. Meinst du nicht? Das sieht doch aus wie ein Junge. Ja, aber... Entschuldige bitte. Aber da komme ich nicht weiter, ne? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, was ätzend ist? Wir sehen auf dem Fernseher, wahrscheinlich sehen wir das einfach nicht. Und nachher, wenn wir es hochgeladen haben... Oh Gott, das ist ja engelshaft. Sing nochmal. Alter, ist das nicht engelshaft gewesen, was du da gemacht hast? Nicht? Nee. Nee. Das ist die schönste Stimme, die ich in meinem ganzen Leben hier gehört habe. Der geht nicht engelshaft. Der macht auch ein bisschen wahnsinnig. Sicher, dass du eine 4 gelesen hast und nicht eine 1? Nee. Guck doch mal. Lieber. Wir haben noch 500 Kilo Byte. Nee, ernsthaft, guck mal bitte. Jetzt machst du mich nervös. Ich kann nicht. Diese Engelsstimme hält mich einfach. Ich laufe hier mal einfach so lange weiter. Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, ich bin hier richtig. Oh, nee, Digi. So sehe ich nichts. Ja, oh Gott. Wie lange läuft die Folge denn schon? Weiß ich nicht. Ich habe mich auf die Uhr geguckt. Nee, ernsthaft nicht? Nein. Digi, das ist das mieseste Labyrinth. Ich check's gerade nicht. Oh, ich glaube, ich bin nicht richtig. Vorsicht. Vorsicht, Kapo. Vorsicht. Papa, nein. Wo bist du denn? Oh, Treppe. Nee, jetzt muss ich nicht ernsthaft wieder runter hier, oder? Nee. Meinst du? Hier? Was ist denn da los? Hä? Der war ja hier drin, der Vogel, ne? Oh, voll fast. Wieso? Du musst nicht immer so beleidigend sein, Piet. Ja, aber das ist die einzige Art, mich mitzuteilen. Ich habe das nicht anders gelernt. Warum ist das so mega dunkel? Mach doch mal Licht an. Endlich. Ich glaube, wir müssen hier gleich einen Folgenstopp machen. Hier, in diesem Raum. Das ist ein geiler Cliffhanger hier. Stopp. Echt? Ja, ja. Das ist eine kürzere Folge, weil uns die Gigabytes ausgehen. Also, ja, sorry für die kürzere Folge, aber... Hashtag uns gehen die Gigabytes aus. Ja, Hashtag uns gingen die Gigabytes aus. Ach, ging ja. Ja, wir müssen von dem YouTube-Money, was wir nicht verdienen, uns mal irgendwann Festplatten kaufen. Das wäre nice. Das wäre so nice. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mal ein Kombi da, wie ihr die Folge fandet oder wie ihr das Spiel in sich fandet, ob ihr es mittlerweile auch durchgespielt habt oder was heißt auch, ob ihr es durchgespielt habt. Nein, nein, nein. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Euer El Capitano0815 und... Play Pete! Von... Bock auf ein Game! Mit... Niveau. Was? Mit Niveau? Ja, mit Niveau. Ach, mit Niveau. Tschüss und auf Wiedersehen! Tschüss, danke. Schönen Tag, Marc. Hörf!